Die Gemeinde Besel mit den Kirchdörfern Besel, Röwer und Offenbeg liegt zwischen den Städten Venlo und Rumont. Das sogenannte Drachendorf Besel ist bekannt für seine Aktivitäten rund um den Drachen. Für die ganze Gemeinde, besonders aber für den Kernbesel, ist die Limburgse Gemütlichkeit typisch. Die Landschaften rund um Besel, wie Merlebruck und Beselbruck, sowie die kleinen Nachbarschaften Ronkenstein und Reikel, strahlen sowohl Ruhe als auch Vielfalt aus. Nahe dem Zentrum Besels liegt das schöne Schloss Nuenbrock. Dies ist ein Renner in der Gemeinde im Bereich des Tourismus. Die Region um Besel ist seit Jahrzehnten ein Zentrum der keramischen Industrie in den Niederlanden. Greifbare Erinnerungen an diese Zeit werden Sie daher nach Besel zurückführen. Im Zentrum von Röwer können Sie während Büroöffnungszeiten kostenlos wechselnde Ausstellungen im Gebäude von Wohngut 2000 besuchen. Auch der schöne Klostergarten ist kostenlos zu besichtigen. In Röwer können Sie die Maas mit der Fähre Richtung Kessel überqueren. Das Grenzgebiet der Weiße Stein ist Start- oder Endpunkt vieler Wanderungen, Radtouren und Reiterausflüge, sowie andere Aktivitäten. Es liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und von hier aus sind dann auch der Brachter Wald und das Städtchen Brücken gut erreichbar. Das Grenzgebiet der Weiße Stein ist